Hallo, nach einem Gespräch mit Dirk Grüßenberg möchte ich einige Gedanken zum Besten geben. Es geht um die Zukunft der Intelligenz, aber das ist bereits eine Folge von einer Situation, die ich mit Wissensüberfluss und Verständnisdefizit beschreiben will. Wir haben immer mehr Wissen, wir haben technologische Möglichkeiten, Wissen in unfassbarer Weise zu kreieren. Natürlich auch durch die Digitalisierung, wir haben durch die Globalisierung immer mehr Bilder, immer mehr Informationen. Und all das zusammen, auch die Veränderungen, die Schnelligkeit der Veränderungen, die Bedrohungen, Umweltkatastrophen, sind eine Herausforderung für unser Gehirn und für unsere Emotionalität, wie es sie vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gegeben hat. Und damit setzen wir uns zu wenig auseinander. Wir diskutieren, wir reden, wir kümmern uns um IoT und so weiter. Aber was bei uns psychisch passiert, bleibt im Hintergrund. Und ich denke gerade auch im Bereich des Marketings, wo man ja für Leute etwas aufbereiten will, damit sie verstehen oder auch ein positives Gefühl für etwas bekommen, ist das einfach existenziell und unverzichtbar. Da sieht man es ganz gut, die Folge des algorithmischen Datensammelns führt zu Wissen, was jederzeit verfügbar ist. Wir haben immer mehr, wie gesagt, aber leider haben wir immer weniger Verständnis. Tatsache ist, wir blicken nämlich kaum noch durch. Und das ist auf allen Ebenen so. Selbst bei den höchsten Formen der Intelligenz, zur Orientierung, sagen wir mal Nobelpreisträger, CEOs, Präsidenten etc. Niemand verfügt über ein wirklich Big Picture. Das ist einfach nicht mehr möglich. Aber das ist das Rationale. Dann haben wir das Emotionale. In dem Moment, wo ich mich etwas unsicher fühle oder wo ich mich ungut fühle im Sinne von Ansätzen, in Ansätzen schon fast etwas depressiv, da ist es so, dass die Emotionalität übernimmt und man mehr aus dem Bauch heraus handelt. Und das ist gerade die Situation. Es gibt zwar kaum jemanden zu, aber viele handeln sozusagen viel eher aus der Intuition, weil die Rationalität in ihrer Wirkungsweise nicht mehr richtig funktioniert. Wir wissen nicht, was in zwei Jahren sein wird. Wir wissen nicht, wie sich politische Prozesse entwickeln. Der Brexit ist ein gutes Beispiel dafür und wahrscheinlich auch die Präsidentschaft von Herrn Trump. Zweite Situation. Immer mehr Wissen, was technisch verfügbar ist, heißt auch, dass immer mehr Optionen da sind. Ich kann immer mehr Dinge kaufen. Ich kann immer mehr Dinge mir vorstellen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Also ganz banal gesagt, wenn ich vor 500 Waschmitteln stehe in einem Supermarkt, dann muss ich ja schon einen Plan haben, wie ich mich am Ende entscheide oder wofür ich mich entscheide. Das heißt, Verständnis, Entscheidungen werden zu neuen Kompetenzen, die auch erlernt werden müssen. Und das Dritte ist, wenn man so viel Wissen hat, wenn man so viele Optionen hat, dann denkt man permanent natürlich auch nach, wie verhalte ich mich jetzt. Auf die alten Routinen kann ich mich nicht verlassen. Neue Regeln sind noch nicht festgelegt. Gewohnheiten helfen manchmal auch nicht mehr, weil sich vor und um uns herum alles permanent ändert. Und das bedeutet, dass wir eine Gedankenfülle haben. Mehr als jemals zuvor und dass es schwieriger wird zu wählen. Also ist auch wählen können eine Kompetenz. So, und all diese Änderungen haben große Auswirkungen auf unsere Psyche und auf unsere Emotionalität. Und das bedeutet auch, wenn wir das als Oberthema dieses kleinen Vortrags nehmen, auch über die Zukunft der Intelligenz. Es gibt nämlich ganz verschiedene Formen von Intelligenz. Wir sehen hier ein paar aufgereiht. Emotionale Intelligenz kennen wir alle. Die praktische Intelligenz ist eher eine handwerkliche, soziale Intelligenz ist, wie geht man mit einem Flüchtlingsthema um, wie geht man mit Menschen um, die beruflich nicht mehr sattelfest sind und so weiter. Die kulturelle Intelligenz, ja, inwieweit ist man in die eigene Kultur vertieft, auch in andere Kulturen. Immer mehr verschiedene Nationen leben bei uns. Also ist es vorteilhaft, wenn man auch über die etwas weiß. Weil nur so kann man Empathie vermitteln. Gleichfalls gibt es aber auch neue Formen der Intelligenz, nämlich digitale Formen. Also die künstliche Intelligenz, die immersive Intelligenz, was ist das? Das ist, wenn man sich eine VR-Brille aufsetzt und zum Beispiel in anderen virtuellen Räumen dann wandert, steht und denkt. Wir kennen das von der Spielewelt her, aber wichtig ist, dass durch das Tragen der Brille der Raum viel fokussierter ist. Man wird nicht mehr gestört. Man hat eine größere Konzentration. Ich weise hier darauf hin, dass das eine Möglichkeit sein wird, in Zukunft besser zu lernen, weil man konzentrierter ist. Prospektive Intelligenz ist das, was wir sozusagen im Rahmen der Zukunftspsychologie entwickeln wollen und mit einem Zukunftskompass, den wir dazu nutzen. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben eine Menge Fragen entwickelt, die einer Person gestellt werden, egal welchen Alters und so weiter und so fort. Aber der Inhalt der Fragen hat nur mit der Zukunft zu tun. Also die Fragen beginnen alle in 15, 20, 25 Jahren. Was soll das? Die Leute sollen die Antworten vorher nicht kennen. Sie sollen überrascht werden. Und in dieser Überraschung gelingt es, wir haben es 5000 Mal ausprobiert, immer mehr Zugang zum eigenen Unterbewusstsein zu bekommen. Und in diesem Unterbewusstsein liegt sozusagen die Fülle unserer Persönlichkeit, unserer Identität und letztlich auch die verschiedenen Varianten unserer Intelligenz. Und darum geht es. Wir müssen in Zeiten, wo die Dinge exponentiell sich schnell verändern, wo sich unsere Sicherheiten immer mehr auflösen, wir aber noch keine neuen gefunden haben, müssen wir sozusagen wirklich an unserer Intelligenz, an unserer Fähigkeit, flexibel zu sein, viele sprechen heute von Agilität, arbeiten. Und dieses Arbeiten nennen wir Zukunftsnavigation. Und das wird ein Prozess, der vollkommen unverzichtbar ist, damit wir nicht noch belasteter und in dem Sinne auch angstvoller durch die Gegend gehen. Die Möglichkeiten sind da, aber eins ist ganz neu, die Theorie ist nicht mehr so wichtig, die Praxis ist alles. Und deshalb sind auch die Möglichkeiten, Fehler zu machen, eine großartige Energiequelle, weil wenn alles neu ist, macht man automatisch Fehler und im Fehlermachen lernt man dann die Flexibilität. Das sei für heute genug, ein erster Hinweis. Liebe Grüße an den Marketing Club Düsseldorf. Dankeschön.